Hallihallo! Schaut mal, jetzt ist das kleinere Armband gekommen von Magic Tech, damit ich passend zu der Lana auftreten kann. Es gefällt mir richtig gut. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass es so arg glitzert und dass es so riesig ist. Ich fahr jetzt in den Stall. Das Wetter ist wunderschön, aber mein Auto ist mal wieder von innen gefroren. Außen habe ich schon gekratzt. Heute bringe ich einen Sack Futter in den Stall und fülle damit mal wieder die Futterreserven aus. Und dann machen wir Equi. Also ich finde es so schön. Ich weiß, eigentlich ist es auch gar nicht für einen Stall, aber da fühle ich mich, Lana, einfach auch bei der Arbeit und egal wie immer ein bisschen verbunden. Also viel Spaß! Jetzt habe ich meine Scheibe von innen gekratzt und jetzt habe ich dafür ein nasses Auto. Wohooo! Live bei Mia! Morgen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020